Hallo, du hast Lust auf Köln, Kölsch und Blasmusik? Dann komm am 10. Juni gerne in den Tanzboden nach Köln, wenn wir gemeinsam mit dir das zweite Original-Irana-Festival feiern. Mit dabei sind Ernst Hutter und Jürgen Musikern das Original und viel, viel mehr tolle Bands. Wir freuen uns darauf, dich dort begrüßen zu dürfen und mit euch zu feiern. Bis bald! Bis bald!